Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal darum, wo ihr eigentlich gutes und gesundes Wellensittich-Futter kaufen könnt. Ich werde euch einfach Seiten nennen oder Firmen. Allerdings mache ich jetzt hier, also ja, ich mache Werbung dazu. Ich bekomme dafür aber nichts. Ich werde den Namen auch nicht einblenden. Ich werde auch kein Bild von dem Logo zeigen. Ich werde das einfach nur sagen. Und ja, ich mache das einfach, dass ihr halt auch wirklich gutes Futter finden könnt. Als allererstes nehme ich mir, also kaufe ich hauptsächlich mein Futter bei der Körnerbude. Da nehme ich verschiedene, die Premium-Mischung, die Basis-Mischung, die Mischung Kräuter, Mischung Jod, alles Mögliche. Da findet man wirklich gutes und gesundes Futter. Wo man auch sehr gutes Futter findet und wo ich auch schon Futter herhabe, ist von Mixerama. Und als nächstes auch noch von Ricos Futterkiste. Also diese drei Online-Shops sind meiner Meinung nach die besten fürs Vogelfutter. Und wo ich auch noch Vogelfutter kaufe, ist von GR Farm und so halt auch das ganz normale Wellensittich-Futter. Zusätzlich kaufe ich mir manchmal auch noch einzelne Saaten und am Ende mische ich es dann auch teilweise zusammen. Das war es an dieser Stelle mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass es euch helfen konnte.